Warte, warte, warte! Wer kommt an den ran? Wer kommt an den ran? Warte, warte, warte! Warte, warte! Der ist gegen Wünschchen. Der ist Ton einer peruanischen Werksziege. Der kann jetzt was erleben. Der kann was erleben. Werksziege. Die fand es echt witzig. Junge, ich bestell mir mal eben ne ne. Ja. Bestell mal. Super, der Spaß in der Brecke. Ich hab mal eben mein Video Capturing gestartet, ne? Kein schlechter Zug von ihm. So, Granger. Wir brauchen ne Raketenwerfer. Michi! Das war aber schlau. Das war richtig schlau gemacht. Aber wir können auch draußen einen Raketenwerfer nutzen. Wo ist denn der Ranger jetzt? Wer hat den? Ich hab einen. Willst du fahren? Mir ist das prinzipiell egal. Ich hab halt keine Waffe, die ich im Drive-By nehmen kann. Alter. Also, du möchtest zufahren? Lass mich schaden. Ich hab recht, weil ich hab keine Waffe, die ich nehmen kann. Sehr gut dann. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt ist erledigt. Dreaming check mein. So, ich hol euch ab. Jo. So. Ey, das ist die Limo. Rass uns mal die Limo brennen. In pink. Ach, die Limo ist scheiße. Aber die ist pink. Oh, okay, 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 okay. Ich find die Hupe ist voll geil dabei. Die passt irgendwie. Kein Stück, ne? Hä? So ne militärische Hupe? Du musst mir noch hier Zugang gewähren irgendwie. Michi, ich dachte wir haben uns dran wieder. Achso, wir haben uns doch gar nicht als Freund, oder? Ja, das könnte sein. Wie hörst du nochmal? Jetzt hab ich jeder Strecke einfach rein. Achso, okay. Warte. 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 Jetzt müsstest du eigentlich reinkommen. Ich komme Leute, ich komme. Okay, die Hupe ist echt, die hat echt was. Hä? Was zum Ende? Achso, ich edit dich aber trotzdem mal eben. Ey, lad mich nochmal ein. Ich wurde in der Solo sitzen geportet. Was soll denn mein Fuck? Ey, du bist doch hier bei uns? Ne, bin ich nicht. Ich kann dir nur beitreten, Takashi. ÄH! NEIN! Mach mal, ey, wir haben hier ein paar Wonteds am Hals. Jetzt ladet mich mal ein, die irgendjemand. Äh, warum haben wir jetzt schon wieder 10.000 Wonteds? OOOOOOAH! Und warum wurden wir grad richtig... 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 Er will uns ärgern. Er will uns mobben. Lass die pinke Limbo nehmen. Das hat er aber nicht gemacht. Oder wir... Ihr habt doch bestimmt alle einen Insurgent mit MG. Oder mindestens drei Leute. Ja, hab ich. Ja, drei Leute als Fahrer, drei Leute als Schützen und drei Insurgents. Okay, ich bestell ihn mir mal. Dann ladet mal haben, bitte. Einladen. Wen denn? Ich hätte wieder so'n Geländewagen hier, so Calvacate hätt' ich. Hallo? Hm? Hi! Ah, die pinke Limbo. Die klingt besser aus. Dennis? Hä? Nicht, ja. Andere Dennis. Welcher? Ich? Ja, du. Warte mal. Komm mal her. Lass mal einen Marker. Lass mal einen Insurgent. Also... Ja, ich mach ja schon mich hier. Relax, relax. Ja, dann gib doch mal ne Antwort. Ich hab so... Lass das mal einen Marker. Nima Mama. Warte mal, ich markier's, okay? Ich folge einfach jemanden. Ich folge einfach jemanden. Die Nummer 3 hier. Das ist halt echt was in Ego Perspektive. Das ist schon geil, ne? Ich... Ja, Mann. Wer sitzt hier eigentlich bei mir mit in der Karre hier? Ja. Nicht du. Links. Links, dann ist... Ach, du sitzt bei mir drin in der Kiste, oder was? Ja, genau. Ja, auf jeden. Machen wir doch glatt. Warte, fach. Okay, jetzt die Straße da vorne, hier rechts. Michi, dein Headset, äh, dein Mikro ist wieder... Ja, du knickst und knackst hier. Knickst, knackst. So, und du? Rechts? Da vorne steht doch so'n Auto, siehst du? Der Fette da vorne. Links. Siehst du? Der inzwischen. Ah, meiner ist da. Meiner ist da. Das ist meiner. Hier ist meiner. Okay, ey, einer muss bei mir kommen fürs MG. Ja, kann ich machen. Was ist das denn für eine Karre? Soll ich bei dir ins, äh... Ja, komm rein. Ah, fahr mich doch nicht platt, wenn man mich platt fährt. Okay, ey, bei mir ist jetzt... Okay, dann geh du zu X-Remix. Der WTF war, da siehst du's. Wer hat denn hier noch einen? Hier hinten wir. Ey, das ist richtig krank jetzt, oder? Sonst haben wir einen in vierten? Das ist echt krank. Okay, komm, lass... Das ist eine Skarte von, okay? Jetzt haben die Bullen echt keine Chance mehr. Das war mein Ego, Jun. So. Oh mein Gott. Was? Das ist Michi. Sehr geil. Ey, wie's aussieht. Da guck mal, links, ganz links, so ne kleine Anzeige. Vom MG aus. Ja. Kommt ihr vielleicht noch warten? Wir haben Michi vergessen. Was? Er schießt die Karre einfach weg, ey. Er schießt die Karre einfach weg, ey. Er schießt die Karre einfach weg, ey. Er schießt die Dinger halt alle weg. Oh, ihr wart dran. So. Ah, ich hab Wanted schon. Ja, ich hab einen. Die macht grad nicht fett. Jetzt zwei. Da hinten ist irgendein Bobby. Ist da hinten hier... Ne, das ist Michi. Alter Schwede, das hat abgekriegt. Das ist richtig krank. Das ist einfach nur voll krank. Ist er das? Er hat uns ins Gehirn geschissen, Mann. Aber irgendwie ist das gut. Das ist richtig scharrustig. Wir müssen jetzt bloß noch herausfinden. Ich dachte wir hätten drei davon. Wo der dritte Insurgent rumfährt. Die sind ja eigentlich sechs Leute. Warum kann ich denn diesen Marker nicht? Kann man diese Karren kaufen, oder was? Ich finde es immer so geil, wenn ich sich hier so einen Weg schiebe. Du kannst ihn voll in die Seite reinfahren. Was ist aus dem Weg? Ich glaub es ist in der Melle oder so. Scheiße. Oh, das ist der Wegpunkt endlich weg. Oh, das ist der Wegpunkt endlich weg. Oh, hier fährst du ein Ego? Nee. Ihr müsst mal im MG ins Ego gehen. Ja, das ist geil. Ja, Mann, das ist halt echt was. Verdammte Axt. Können wir gleich ein Heli abschießen hier, wa? Ja? Oh, Straßenverkehr. Scheiße. Kann ich damit die Helis auch? Jawohl. Schieß die Heli ab. Ja. Schieß die Helis. Oh mein Gott. Bitte? Takashi? Ja, von euch hatte der in den dritten Zirn. Also ich hab ansonsten auch noch einen. Den kann ich auch ansonsten bestellen. Also ich hab noch 6 Leid oder nicht? Ja, deswegen. Boah. Müssen wir für den auch Munition kaufen? Nein. Hast du einen Einten? Klavenverkehr! Können wir ja grad in den Krieg ziehen hier, wa? Boah, ich fahr'n Ego und meine Scheibe ist gelissen. Ja, Mann. Vier Erfahrungslevel. Ich glaub, so viel hab' ich noch nie gehabt bei GTA 5, ja? Das ist richtig krank. Ist das ne Warstopp? Oder? Oh. Ich denk Warstopp. So. Niiiice. Ich hab' geklappt. Das ist ungewohnt mit Ego im M.G., obwohl es geil ist. So. Lass mal irgendwo ein Bobby suchen. Wo ist denn Takashi? In Insurgent. Als Freibacher. Wo bist du denn? Ich bin in dem zweiten Insurgent. Als Schütze. Man kann auch hinten ein Insurgent drauf. Ich glaub, von da kann man Raketegörfer benutzen. So, ein Heli hab' ich runtergezogen. Den nächsten krieg' ich auch noch. Das ist auch scheiße. Wer sitzt denn da sinnlos als Mitpassant im Insurgent? Ich. Wer noch alles? Weil wir sind ja eigentlich... Oh, nee! Nee! Hau den mal weg! Kack, Bulle! Stier! Mir geht die Munition gerade aus, Jungs! Alter! Wir sind voll mit dem Bontax. Ja, geil! Die Fixler kriegen wir uns aber nicht. Hier ist ein Teilchen, weil Kyurig nicht geil im Stil. Jawoll! Runter ist er, der nächste. Was ist denn? Was zwei Insurgent auf dem Heli bei anderen 4 sind. Jawoll, der ist auch runter. Der andere ist auch da hinten. Ich will mal Molotow-Cocktails schmeißen hier. Feuer gut. Wenn die da flammerts Geschick. Ach, du bist bei uns drin? Ja, ja. Ah, hab' ich ganz vergessen. So, Entschuldigung. Ja, da. Bin ich gerade eh nicht am Männer hin. Jetzt musst du H. Molotow-Cocktail draufgeschmissen. Ich kann bei mir rausgucken. Was muss ich denn machen? Du musst eigentlich nur H drücken. Wir haben 5 Sterne, wollte ich nur mal angemerkt haben, ja. Ja, hab' ich auch schon gecheckt. Das ist geil. So, das volle Programm, was irgendwie überhaupt nur geht anscheinend, ja. Sehr nice. Was? Dreckspullenschleuder, verpiss dich. Oh, keine Helis mehr runterziehen. So. Lass mal den drittenen Sledge vor. Wir stellen mal eben ein und dann... ... 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